Es sind wiederkehrende Orte, über die wir sprechen, wenn wir über Missbrauch an Kindern berichten. Es sind Orte wie Campingplätze und Kleingartenanlagen. Kann dahinter so etwas wie ein Muster stehen? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Profiler Marc T. Hofmann bei mir jetzt hier im Studio. Ganz herzlich willkommen, Herr Hofmann. Man hat das Gefühl, dass diese Orte, Kleingartenanlagen, Campingplätze, Strände, dass das irgendwie die Orte sind, an denen Misshandlungen geschehen. Ist das subjektiv und falsch aus Ihrer Profisicht? Ja, es ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Was sind die zwei Hotspots bei Kindesmissbrauch? Erstens interfamiliär. Also es ist nicht der fremde Täter, nicht die dunkle Gestalt aus dem Park, die die Kinder entführt, sondern es ist eher das nahe Umfeld. Die Eltern sind statistisch gesehen die gefährlichsten Personen für ein Kind. Das sage ich immer wieder. Das heißt, der Onkel, der Stiefvater, die Mutter, der Vater, das sind die typischen Täter. Und die Familie ist Hotspot Nummer eins. Direkt danach kommen andere Institutionen, die ebenfalls zu dem direkten Umfeld zu zählen sind. Also Sporteinrichtungen, Bildungseinrichtungen und andere Institutionen. Das kann das Kloster sein, das Jungen Internat, der Sportverein und auch andere Freizeiteinrichtungen. Das heißt, die Täter suchen sich schon Stellen aus, an denen sie leicht an Kinder rankommen und eher so im persönlich privaten Bereich. Der Sportverein oder auch der Campingplatz sind durchaus nicht untypische Orte. Ob jetzt aber Campingplätze im ganz Speziellen und auch im Vergleich zu Sportvereinen oder Familien, ob das jetzt noch ein besonderer Hotspot ist, das ist mir so nicht bekannt. Und da würde ich auch Camper jetzt nicht unter Generalverdacht stellen. Aber das ist doch das Schockierende, was Sie sagen, dass die Eltern eigentlich die gefährlichsten Personen sind, dass Missbrauch im Rahmen der Familie stattfindet. Und das müsste doch eigentlich der Bereich in unserer Gesellschaft sein, der am besten, ich sage mal, kontrolliert, überwacht wird. Nämlich durch uns selber, durch uns, unsere Familienmitglieder. Warum kann dann trotzdem Missbrauch in dieser engen Gemeinschaft, in der engsten Gemeinschaft unserer Gesellschaft überhaupt passieren? Ja, die Familie kontrollieren kann eigentlich nur die Familie selbst. Und das ist genau das Problem. Die Eltern haben ja die Aufgabe, ein Kind zu schützen, zu fragen, ist dir was passiert, hat dich jemand angefasst? Aber was ist, wenn die Eltern Täter sind? Das ist auch für Kinder die schlimmste Situation, weil natürlich lieben sie ihre Eltern trotzdem. Und wenn aber die Person, die man am meisten liebt, zum Täter wird, dann ist das natürlich etwas, was Kinder innerlich zerreißt und oft viele Jahre später schlimme Traumata auslöst. Das ist ein Riesenproblem. Denn wie kann man dagegen vorgehen? Kinder machen selbst keine Anzeige. Und wenn das gesamte Umfeld mit drinsteckt, dann wird es doch sehr, sehr schwierig. Trotzdem muss man aber mal sagen, bei Kindesmissbrauch ist das Dunkelfeld noch viel größer als das, was uns bekannt wird. Und ich warne immer ein bisschen davor, mir fällt auf, wenn ich die letzten Fälle betrachte, Lüchte, Münster, Solingen, es ist immer NRW. Jetzt könnte man ja sagen, und das ist falsch, irgendwie gibt es in NRW ein großes Kinderschänderproblem. Aber der Zusammenhang ist eher andersrum. Man muss mit dieser Kriminalstatistik sehr vorsichtig sein. Denn, ich will mal ein Beispiel geben, wie könnte man die Drogenkriminalität im Frankfurter Bahnhofsviertel auf Null zurückfahren? Indem man einfach nicht mehr Streife fährt. Wenn man nicht mehr kontrolliert und nicht mehr nach Kriminalität sucht und einfach die Augen zumacht nach dem Motto, was ich nicht sehe, gibt es nicht, dann ist das Dunkelfeld natürlich genauso groß wie vorher auch. Aber plötzlich ist die Drogenkriminalität zurückgegangen. In Amerika auch durchaus ein beliebter Trick, um bestimmte Statistiken aufzupolieren. Man sucht einfach nicht mehr so besonders viel danach. NRW, und das hat der Innenminister klargemacht, hat vor einiger Zeit doch beschlossen, mehr dagegen zu tun. Und je mehr man danach sucht, desto mehr Fälle kommen auch ans Licht. Das heißt, wenn in einem Bundesland die Kindermissbrauchsrate um 10 Prozent steigt, ist das möglicherweise ein Zeichen, dass die Polizei gut arbeitet, weil sie nämlich mehr danach sucht. Und deswegen warne ich ein bisschen davor, die Polizei zu kritisieren, wenn es viele Fälle gibt, und sie zu loben, wenn es wenig Fälle gibt. Denn oft ist der Zusammenhang eher andersrum. Je mehr sie nach Kriminalität suchen und in diesen Bereichen ermitteln, desto mehr Fälle kommen ans Licht. Deswegen glaube ich nicht, dass in NRW es besonders viel Kindesmissbrauch gibt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass in NRW besonders gut und gründlich in den letzten Monaten danach gesucht wurde. Zum Glück. Und beim Suchen, beim Aufdecken dieser Fälle ist ganz Nummer eins und ganz wichtig und ganz weit vorne an der Front das Jugendamt. Das ist der erste Ansprechpartner, würde ich jetzt sagen, wenn es Probleme in Familien gibt. Sind Jugendämter, und kann man das so pauschal beantworten, gut darin, Missbrauch zu erkennen in Familien, in die sie reingehen? Weil das ist ja auch ein Problem, auch der Berichterstattung. Es wird ganz häufig gesagt, ja, das Jugendamt hatte ja schon Kontakt mit diesen Eltern. Warum passierte da nichts? Im Rahmen ihrer Möglichkeiten sind die schon gut. Die haben nur auch viel zu wenig Geld. Und ein großes Problem ist der Mangel an Zentralisierung. Sie sagten gerade, das Jugendamt ist dann zuständig. So klar ist aber für einzelne Personen gar nicht, wer zuständig ist. Stellen Sie sich eine ganz konkrete Situation vor. Kind kommt aus der Kita, erzählt Geschichten, die Eltern doch Sorgen bereiten. Oder Sie wollen eine Anzeige machen. Oft werden Sie von einer Stelle zur nächsten geschickt. Es gibt nicht so die eine Anlaufstelle, sondern es gibt ganz viele. Und dieser Mangel an Zentralisierung ist ein Riesenproblem. Denn oft ist es so, stellen Sie sich vor, Sie hören immer wieder über denselben Sportverein, über dieselbe Person. Eine Beschwerde, noch eine Beschwerde, noch eine Beschwerde, noch eine Beschwerde. Irgendwann ist es offensichtlich, dass es hier ein Muster ist. Aber das erkennt man nur dann, wenn alle diese Beschwerden auch an dieselbe Stelle kommen. Und da gibt es oft multiple Beratungsstellen, sowohl vom Staat als auch privat und ehrenamtlich. Und eine Nummer pro Bundesland wäre eigentlich wünschenswert, meinetwegen auch drei. Aber einige wenige zentrale Anlaufstellen, wo diese Fälle auch gebündelt werden, das könnte helfen, Täter zu überführen. Denn oft ist es so, dass zwei einzelne Meldungen sind beide zu schwach. Sie reichen nicht für eine Durchsuchung. Aber wenn man all diese Fälle bündeln würde, wäre der Anfangsverdacht begründet. Das heißt, Zentralisierung ist einer der Punkte, die viel helfen können. Und Kommunikation zwischen den Behörden, auch Sie als Profiler, Sie versetzen sich auch in die Täter, versuchen zu denken, nachzuvollziehen, wie die Täter denken. Wenn Sie jetzt schauen auf die Diskussion über das verschärfte Strafmaß für Kindesmissbrauch, für den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie. Löst das etwas bei potenziellen Tätern aus, die diese Neigung haben, die diese Krankheit haben? Oder lässt Sie das komplett kalt? Erstmal will ich sagen, Krankheit ist es schon. Es ist eine psychische Störung, es gilt als sexuelle Präferenzstörung. Aber wir sind nicht für das verantwortlich, worauf wir stehen, was uns gefällt, aber durchaus für unsere Taten. Deswegen, das Wort Krankheit impliziert immer so ein bisschen indirekt, naja, wenn die krank sind, können die ja nichts dafür. Oh, sehr wohl. Pädophilie, dafür können sie erstmal nichts. Aber es gibt in Berlin kein Täter werden. Es gibt da Anlaufstellen von Männern, die sagen, ich spüre da was in mir, was mir selbst Angst macht. Ich würde nie danach googeln, nie Täter werden und ich will mir Hilfe suchen. Das ist sehr ehrenwert. Die, die Täter werden, Kinderschänder, sind für ihre Taten sehr wohl verantwortlich. Und Kinderschänder zu sein, ist keine Krankheit. Das ist eine sehr bewusste und oft mit maximaler Skrupellosigkeit getroffene Entscheidung. Jetzt gerade der letzte Fall in Münster, gekühlte Serverräume, 500 Terabyte. Wir reden da nicht über Leute, die ein Problem haben, was sie nicht im Griff kriegen, sondern um absolut skrupellose Kriminelle. Und ja, da muss man doch unterscheiden. Die Motivation, Sie fragten nach dem Kopf der Täter, was die motiviert. Ich würde zwei wesentliche Typen unterscheiden. Die einen sind absolut skrupellos. Die wissen, wie schlimm das ist, was sie tun. Und die unternehmen Anstrengungen, nicht erwischt zu werden, gehen ins Darknet, verschlüsseln ihre Telefone, speichern keine Kontakte. Das ist die eine Gruppe. Dann gibt es eine andere Gruppe, die hat durchaus ein Gewissen, reden sich aber selbst ein, dass das alles in Ordnung ist. Das heißt, oft tarnen sie ihre Taten als, ich liebe das Kind ja, ich streichle es nur ein bisschen, dem Kind gefällt es ja auch, es kommt ja trotzdem noch zu mir. Das heißt, die missbrauchen ihre Vertrauens- und Abhängigkeitssituation, die sie zu ihrem Kind als Eltern oder Angehörige oder Nahestehende haben und reden sich selbst ein, dass das alles nicht so schlimm ist. Das heißt, die einen täuschen ihr Gewissen, die anderen haben kein Gewissen. Beides ist gleich schlimm und höhere Strafen immer wieder in der Kriminologie und da ist man sich relativ einig, dass bei den meisten Delikten höhere Strafen nur bedingt eine abschreckende Wirkung haben. Ich kann der Argumentation aber nicht ganz folgen und habe es auch nie getan. Denn Fakt ist doch folgendes. Egal, ob die Strafen die Täter abschrecken oder nicht, wenn sie zehn Jahre im Gefängnis sind, können sie während der Zeit keine anderen Taten begehen. Und wenn man sich die letzten Fälle anguckt, wir haben über den Maddie McCann-Fall eine Menge gesprochen, wo es ja nun einen Tatverdächtigen gibt. Wir haben über Münster, über Lüchte gesprochen und viele der Taten hätten ab einem gewissen Punkt verhindert werden können, wenn man früher tätig geworden wäre. Und man sieht ja in Münster, er war bereits vorbestraft wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie und das hat ihn scheinbar nicht abgeschreckt, direkt danach weiterzumachen. Und ich glaube, hätte er dafür acht oder 15 Jahre bekommen, würde es anders aussehen. Aber 14 Monate auf Bewährung oder ähnliche Strafen, die schrecken definitiv nicht ab. Ja.